Also, ich muss jetzt leider ein Video machen. Ich bin jetzt mit dem Soundsystem raus und warte auf den Kollegen. Eigentlich wollte ich auch an den Skaterplatz gehen, aber es pisst schon wieder. Jetzt hängen sie halt schon wieder am Bahnhof. Und der Shellimir, wollen Sie den Shellimir sehen? Ja, der Shellimir kommt auch schnell. Da ist der Shellimir so. Ja, und er hat gesagt, du hast nicht so viel Geld in Jamaika gebraucht. Ich bin ja schon zufrieden, das ist viel billiger. Nein, du hast keine Ahnung, Mann. Ich war in Jamaika. Das weisst du, Mann. Wir sind Jamaika-Truppe.